hallo freunde hallo kollegen willkommen heute möchte ich euch mein neues projekt zeigen ich möchte in dem projekt esp 82 66 oder esp 32 mit einem kill me boot oder kill me boot messenger programmieren was heißt das wie funktioniert das wir programmieren einen mikrocontroller mit mit dem kill me boot messenger und richten wir auf unserem handy so eine empfangsstation praktisch und der esp mikrocontroller sendet irgendwelche nachrichten oder irgendwelche mitteilungen von dem mikrocontroller der bei ihnen zu hause ist direkt auf ihrem handy wenn sie online sind so es gibt zahlreiche videos im internet und das einer von den anderen schon geklaut aber das was sie von mir heute bekommen das ist jetzt was ganz anderes ich mag grundsätzlich nicht wenn ein mikrocontroller mit irgendeinem kopf mit festem kopf programmiert wird und das kann man dann nicht verändern ein mikrocontroller sollte man schon mit irgendwelchen tasten mit encoder oder über einen webinterface programmieren und steuern und daten abrufen das was hier gezeigt wird das ist was ja also nicht professionelle sage ich mal so es gibt ein sehr sehr guten sehr sehr guten artikel darüber wie man das alles machen kann ich habe das jetzt das wichtigste für euch hier markiert und einen textdokument erstellt übersetzt die nachricht die sie senden sollten habe müsste man wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht so dass jetzt auf deutsch funktioniert sollte man auf englisch schreiben an der stelle können sie einfach einen screenshot machen und es gibt natürlich auch die deutsche anleitung auf der webseite habe ich jetzt auch hinterlassen ich weiß jetzt nicht ob das jetzt auf deutsch funktionieren wird wie gesagt so gesagt getan so habe ich das jetzt gemacht genau ich habe eine nummer hinterlassen nummer abgespeichert und dann habe ich auf den nummer so eine nachricht geschickt dann habe ich hier mein aktivierungskode mein apk bekommen und auf mein telefonnummer steht hier dann und das man sieht ja schon das sind schon die ersten mitteilungen die ich da bekommen habe genau jetzt zu dem video heute möchte ich euch mein neues projekt zeigen es geht heute um einen stück an whatsapp notification bot oder stück an whatsapp melder wie funktioniert das alles wir haben hier einen esp d286 66 das ding werde ich gleich öffnen und euch zeigen und eine taste die auf irgendein ereignis reagiert egal was klicken wir auf die taste hören wir sommer summt und die rote led leuchtet das dauert ungefähr 15 minuten so als nächstes bekommen wir dann von whatsapp bot eine nachricht alarm so zweite sache wir haben hier zwei eventische fast identische kisten ja die miteinander zusammen verbunden sind whatsapp bot funktioniert folgenden maßen es gibt zwei unterschiedliche einstellungen die erste einstellung whatsapp wenn wir eine taste betätigen oder wenn wir zwei kontakte zusammen verbinden die zweite anwendung wenn der stromanschluss ausgeschaltet ist das heißt dass das ding jetzt gerade an meinem powerbank angeschlossen ist das ist jetzt der powerbank der an der kiste hier angeschlossen hier ist ein radarsensor der auf 20 meter programmiert gerade sobald die led ausgeht und der bewegungsmelder die bewegungen bemerkt wird es auch als alarm sozusagen bewertet und man bekommt einen whatsapp mitteilung dafür muss man ja halt ein bisschen still halten so wir sehen hier dass die blaue led ausgegangen ist das heißt das gerät bereitet jetzt leuchtet die blaue led hier und wir bekommen einen stillen alarm in dem fall jetzt jetzt bekommen wir einen stillen alarm es gibt kein summer und die led leuchtet nicht mehr aber es kommt aber als alarmmeldung sekunde das dauert ein bisschen weil das gerät wird praktisch mit dem strom versorgt und da ist der alarm so jetzt zeige ich euch wie das alles hier zusammengebaut ist so jetzt öffnen wir mal das gehäuse schauen wir mal was hier drin haben es ist jetzt frisch gedrückte skis wir haben einfach nur ein isp 2866 mit einem summer nicht aktiver summer ganz normale und ein led das sind die pins die anschlussschema bekommen sie von mir finden sie alles unter dem video jetzt zu dem strom zu der stromaufnahme das gerät wurde so gebaut damit die stromaufnahme absolut auf minimum bleibt was heißt das wir haben hier ein lithium akut zähle in dem kleinen powerbank haben wir 18 650 lithium akut zähle mit der ab lithium akut zähle könnte man das gerät könnte man das gerät eine woche betreiben nur mit einer einzige das heißt wenn sie ein handy netzteil nehmen und das direkt das gerät an mit einem handy netzteil betreiben werden dann wird das wirklich seien sie beruhigt es wird absolute minimum sein ja und das funktioniert 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 nur dann wenn das wenn stukan whatsapp melder verbindung zum internet aufbaut und wenn die nachrichten verschickt werden nach einer minute schaltet er sich wieder aus sobald wir da keine bewegungen haben und dann schläft er wieder das heißt dass die stromaufnahme ist nun dann wenn wenn das gerät tatsächlich funktioniert ansonsten schläft er ja die ganze zeit zu thema sicherheit natürlich wenn wir ein gerät der mit alarm anlagen zu tun hat da haben wir eine gewisse sicherheitsansprüche das habe ich jetzt so gelöst das ist jetzt die ip-adresse von meinem gerät da melde ich mich an admin das passwort wir können das jetzt alles abspeichern damit wir nicht wieder immer wieder dieselbe zugangsdaten eintippen müssen hier zugang speichern wenn wir jetzt was falsch eingeben dann enter falsches login oder passwort schreibt er da jetzt schreiben wir das richtige jetzt zugang wird gespeichert dann haben wir den zugang so jetzt zu dem wimper interface genauso wie mein stukan micro clock wird das ding hier programmiert also und wlan einstellungen habe ich schon zehnmal hier erklärt muss ich jetzt nicht ganz genau das nochmal sein ich sag jetzt nur da gibt es zwei raters setup und wlan bei wlan muss man ssd von dem router eintragen und das passwort bei setup reiter habe ich jetzt einfach nur zu von da muss man halt einfach den api key hier so programmieren wie es hier steht hier programmieren wir den api key das was hier steht und eine handy nummer ohne plus nur 49 und dann kommen die zahlen ja und dann können sie irgendeine nachricht hier schreiben alarm oder taste taste alarm alarm und so wird das jetzt dann auch verschickt zu dem handy ich habe das da zum beispiel stromausfall geschrieben man kann hier stromaus aus oder so etwas ähnliches schreiben und so kommt es hierher man kann das natürlich auch wenn wenn die nachrichten immer wieder immer wieder gucken dann können sie natürlich die nachrichten hier deaktivieren so wird der kill me boot messenger stumm und dann muss man das natürlich abspeichern und rebooten whatsapp messenger hat jeder auf seinem handy und ich glaube das wird jeden interessieren jeder der so einen whatsapp messenger hat kann einen mikrokontroller so programmieren mit dann mit seinen daten und einfach loslegen genaue informationen zu meinem projekt finden sie auf meine webseite stukan.de oder auf meinem youtube kanal unter dem video gibt es alle links das war es an der stelle bleibt gesund und munter leute ciao so jetzt mache ich die letzte schraube weg und öffnen wir das gehäuse das ist aber gut verschlossen ja sekunde